Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin Katharina und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich hiermit eine neue Woche dekorieren. Ein bisschen Ethno, Boho, Flower Power und ganz, ganz viel mit Federn, Traumfingern und ja, mal sehen, was daraus um wird. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.